Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu unserer astrologischen Tagesprognose auf Blick.ch Das Bedürfnis, gegen den Strom zu schwimmen, ist heute gross. Dieser Tag eignet sich bestens, um der eigenen Originalität Ausdruck zu verleihen, und zwar ungeschminkt, ehrlich und ohne Maske. Der Saturn im Schützezeichen und der Uranus im Zeichen Wider werden vom Mond im Wassermannzeichen kontaktiert. Sich mit etwas Speziellem, das die eigene Persönlichkeit ausmacht, von der Masse abzuheben, macht Spass und kurbelt Lebensfreude an. Die Vitalität und die Lebensfreude der Zwilling wird heute maximal aktiviert. Kurz und bündig, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Gönnen Sie sich die Freiheit, nicht normkonform, sondern einfach ganz sich selber zu sein. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Tag und freue mich auf Sie, wenn Sie morgen wieder rein schauen. Adi miteinander. Muziek Muziek Untertitelung des ZDF, 2020